Wie sieht es an der FWR eigentlich aus? 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 An der FWR lernen 680 Schülerinnen und Schüler. Es gibt 24 Klassenräume. Zusätzlich gibt es 9 Fachräume. Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 24 Klassen. Wir sind vierzügig. Das heißt, in jedem Jahrgang sind vier Klassen. 50 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten uns. Der Unterricht geht von 8 bis 13 Uhr 15. Du musst in Klasse 5 und 6 keine schweren Rucksäcke tragen. Die wichtigsten Bücher für den Unterricht hängen unseren bunten FWR-Taschen an den Tischhaken. Cool, oder? Digitales Lernen wird immer wichtiger. Darauf haben wir uns vorbereitet. Unsere Schule verfügt über 40 iPads, moderne Fernseher, einen PC in jedem Raum und zwei Computerräume. Es erwarten dich viele neue Fächer an der FWR. Zum Beispiel Biologie oder Physik und noch viele mehr. Schau mal! Das ist unser Schulplaner. In ihm kannst du das Wichtigste nachlesen und natürlich deine Hausaufgaben notieren. Für dich liegt auch schon einer bereit. Bis bald an der FWR!